Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem News-Kanal. Es geht um die US-Metal-Gruppe Matt Flux. Diese hat am 15. Februar im Horton City, Texas ihren 2020-Geek-Plan gestartet und bereits 12 weiter Termine für das ganze Jahr bestätigt. Die Band wirbt weiterhin für ihr kürzlich gefeiertes Album Light Disguise Electric, das am 10. Dezember 2019 über Sliptrick Records veröffentlicht wurde. Die amerikanische Psycho-Doom-Rockgruppe Matt Flux veröffentlicht ihr erstes Album Light Disguise Electric. Das Album bietet alle Erwartungen an das, was diese intensive Live-Gruppe auf die Bühne bringt. Aus der donnernden Kombination von klassischem Metal und postmodernem Rock wird die einzigartige Interpretation eines progressiven Doom-Sounds durch die Erstsingle des Albums Carousel charakterisiert.